Hey, wir hatten jetzt ein knappes halbes Jahr lang Kids Church hier im Gospelhaus und hatten mega viel Spaß dabei. Bei den Videodrehs ist uns natürlich nicht immer alles beim ersten Versuch geglückt, weshalb wir jetzt einiges an Outtake-Material haben. Deshalb dachten wir uns, wir schneiden einfach ein kleines Video zusammen mit den besten Outtakes, damit ihr auch mal ein bisschen hinter die Kulissen bei uns schauen könnt. Also nochmal vielen Dank an alle, die bei der Kids Church mitgeholfen haben und jetzt ganz viel Spaß beim Video. Okay, was sag ich dir jetzt? Oh, ich bin so aufgeregt. Was machst du da? Achso. Und jetzt machen wir mal alle einen Trommelwirbel zu Hause. Okay, ich fang jetzt an, ja? Okay. Jetzt gucken wir zu viele Leute zu. Jetzt sind ja aufgeregt. Jetzt muss ja normal sein. Das kann ich nicht so gut. Okay. Jetzt. Hallo, liebe Kinderlein! Oh, Scheide, ich muss... Und dann will ich das Geh nehmen und dann mit dem Geh tanzen so. Boah, die Glinde geht ja richtig ab, wie ein Päpfchen. Also ich finde diese Glinde richtig cool. Und wisst ihr was, Kinder? Ich wünsche mir so sehr für euch und für mich... Entschuldigung. Also, wir... Nein, weg damit. Lösch das. Ja, nicht wie beim letzten Mal. Nicht vergessen, gleich kommt noch die Bastelarbeit von Judith. Scheiße, Thomas! Ich bin Sir Maximus! Man hat nach mir verlangt! Mutiger Kerl. Immer für eine Überraschung zu haben. Stopp, ganz kurz, sorry! Was ich besonders finde an diesem Schwert... Es verleiht mir ganz schön viel... Ich hab grad Cola getrunken. Ich hab grad Cola getrunken. Ich hab grad Cola getrunken. Ah, 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 ah! Ihr könnt fünf Dinge aufschreiben für die, die ihr ganz besonders dankbar seid. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Okay, nochmal. Letztes Mal, ich schwöre dir. Was ist für sie das Wichtigste? Habe ich ja gesagt, deswegen hab ich dich ja angerufen. Ich wollte ja, dass du mir das eben hilfst. Du musst auch anders sagen. Sollt ihr mit dabei! Wir bei den Gospel House Kids... Jetzt ist... Dieser Bibelferd steht in Lukas 18, Vers 27. Scheiße, ich glaub, da steht denn... 28, Vers 17. Oh, Scheiße! Zuerst quatsch ich einfach mit der, ne? Rechts, links und hinten nach vorne! Juhu! Juhu! Nein! Wie geil! Ich hab das nicht geprobt, ich schwöre! 8, Vers 28. Du hast dich, naprawdę! Kommst dich! Untertitelung des ZDF, 2020